Jarelu, das Musikmarazin. Die Annetta ist bei mir und ich habe jetzt noch ein paar Fanfragen von Facebook. Die Sarah Dittmann möchte eine ganz einfache Frage von dir wissen. Würde sie noch mal bei DSDS mitmachen? Ich habe gesagt, wenn ich das nicht gewinnen werde, werde ich da noch mehr Zeit. Aber ich weiß nicht, ob DSDS ist. Vielleicht werde ich noch ein anderes Casting versuchen, aber ich bin nicht sicher. Die Mie Schmidt hat auch eine ganz einfache Frage. Bist du glücklich, dass du gewonnen hast? Ja, natürlich. Was eine Frage. Ich bin so glücklich, dass meine Leben aufgewandert. Wie regelt Annetta das mit ihrem Freund, wenn man sich sieht, wenn sie unterwegs ist oder fährt er oft mit dir? How do you manage to get along with your boyfriend? Actually, today is the first day when I'm not with him, so he was always behind me. And I think right now it's okay. The hardest time it was in DSDS. Now this is like butter. Nun versuche ich mal mein Polnisch. Ich glaube, das muss... Ich kann Chinesisch. Toll. Ich bin... Das ist ja auch. Woher war die Frage. Von Monika, cohanna. No, ist die eine Kämpfer? Auf Deutsch oder Englisch? Also, wir können wir jetzt Und zwar, die Melanie Ferstl möchte wissen, wie du ganz allgemein zur Musik gekommen bist. Wann fing das Musik machen an? When did you start making music in general? Also real, I started something like five years ago. The first steps was in Poland with a very small underground studio where guys were rapping and I was making my reference, you know. And after that, I came to Germany and I recorded the first tracks with Kevin. Ich freue mich total. I'm so happy for this tour because first time I will see how it really looks real tour and I will be a part of that and I'm going to give 100% of me to show the people that this is really my love, to make music and give happiness. Und die letzte Frage von Monja Swaggy, wie fühlt es sich an, von Stadt zu Stadt zu reisen und die Fans glücklich zu machen? How does it feel to travel and to celebrate with the fans? I'm, I want, I hope that my fans will be happy with this, that I'm coming and make music and I want to feel this energy, which I will give to my fans and I want to give that back and that will be a satisfaction for me. Alright, thank you so much. Dankeschön, Anessa. Und ihr da draußen, hört mal ins Album rein. The One ist jetzt erhältlich. Also wenn ihr das seht, weil jetzt ist es noch nicht erhältlich, aber wie immer, wir produzieren ein bisschen vor und dann kommt es dann. Und ich sage lieben Dank und bis bald. Bis bald. Ciao.